wo ist opfer hier ach da man verbrecher komm lauf 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 unverletzig hm und klingt das so komisch ist es schon platten mit dem verbrecher mein gott klingt so als hätte ich echt einen platten aber jetzt kann ich sehen was auch komisch hin zu merkwürdig auch ja 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 wo ja das ist opfer und wieder nur verpassert besser geht das doch nicht opfer unverletzt wunderbar und auto auf abrufen gucken was haben wir die leistung das ding ist natürlich auch extrem geil ich will das ding mal haben so gerade 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 ich denke was machen wir denn auch können ja in der nähe rumfahren erstmal dorthin fahren das könnten wir ja machen ähm oder was war dort denn mal käufer rechtsklick obwohl das ging komisch so zum teil dann ging es gut aber auch wieder komisch ja wie es ach du geil scheiße also wir laufen wir fahren schon mal in die richtung wo wir hin müssen was mit dem fahr so viel laufen müssen wo ach so sorry das verletzt sich doch eingetötet war nicht nicht gut ich bin ich bin ich bin ich bin ach du scheiße es dreht ja sonst wie weg das war nicht gut das war nicht gut jetzt näher gibt es ein Sturm hier richtiger obwohl es so wenn der auch in das Auto das zeigt wie es gerade zu ihm steht er lau farme gut nicht ich weiß nicht hier lang meine müde das ist so eine komische straße ok wir machen ein verbrechen da werden wir Er muss ganz in der Nähe sein. Einfach gefragt. Hast du den Scheiß, ja? Einen Tag noch. Nur noch einen Tag mehr. Das reicht jetzt. Jupp, kein Verbrechen, weil Prinzeller Dings da rum ist. Cool. Das ging aber. Was? Schön hier. Den Tränkern. Nice. Schön. Also mein Auto ist aber auch Schrott. Das ist echt Schrott. So, wir fahren mal dort lang. Zum nächsten Verstück. Das ist mir aber auch irgendwie gelöst. So. Also. Besorgen. Moment. Abruf. Abruf. Nicht Wildbücher. Letzte Lieferung in Reichweite. Was? Letzte Lieferung. Also das Ding. Du meinst das Ding? In Reichweite? Ich geb euch mal gleich was mit Reichweite hier. Ja. Wölte. Hey! 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 Das. Ähm. Warum ist das Ding explodiert? Warum? Warum? Ich will da mal gucken. Ach, da ist so ein komisches Sprengfass. Oh ne, oder? Oh je, oh je, oh je. Also, Leute. Nie, ähm. Holz mit dem... Oder nie rückwärts fahren, wenn man denkt, das ist nur Holz hier. Nur so komische Stapelfahrdinger. Aber du würdest dann in der Realität eh kaputt gehen. Äh. Aber nie dagegen fahren, wenn da ein da was exklusiv ist. Steckt. Hm 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 hm. Boah. Dass sie sie im Spielen sind. Sehr gesund. Ähm. Wollten ja dorthin, ne? Ja, hup mal weiter. Ähm. So. Nein. Ich wollte auf oder auf Abruf Leistung oder Motorrad. Die ist cool, ne? Was ist denn da? Was sind denn davon? Aber die Kodashi ist, hat die, dreisteinige Schönigkeit. Fast viereinhalb hat sie in Beschuldigung. Entschuldigung. Mh. Mh. Und die hat... Die hat wenige Schönigkeit. Mh. Aber... Die hat mehr Geschwindigkeit. Cool. Nicht denn. Danke. Mh. 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 Ah, du Scheiße. Das... Oh Gott. Nee. Das kann man gar keinen sagen. Das... Ah, das kann man gar keinen sagen, Leute. Das kann man keinen sagen. Das ist doch einfach nur... Peinlich. Oder? Ich würde schon sagen, dass es peinlich ist. Na, ich laufe mal die 200 Meter. Bezüglich. 170. 160. 150. Und so weiter und so fort. Smoky City. Smoky City. Ich warte, dass wir hier nicht hoch irgendwie können. Irgendwie oder... Hm. Es hätte ich nicht erworben, dass ich jetzt sterbe. Hätte ich... Ich habe jetzt höchstens erwartet, dass ich mal blöd hinverweist oder so. Ja, warum könnte er denn nicht rein? Das finde ich blöd. Hm. Hm. nicht zu einer rambe ich habe jetzt nicht vorbei okay immer doch mal ein herumspielten sohn ist schon das andere mutter hat gefällt mir besser hatte ich gesagt so ist jetzt so schlafen handy mache ich ja mal stumm also jetzt bei live streams da vergesse ich das manchmal gut ich sage wir sehen uns in der nächsten aufnahme staffel folge irgendwas was auch immer und ich hoffe es hat euch gefallen schreibt in die kommentare wenn nicht wenn doch wenn was sich ändern soll soll kann darf ja ihr könnt entscheiden bis später